leben wie ein rockstar aussie ausborn hat auf seinen konzerten auch eine krankenschwester dabei aber bitte nicht für katheter nein das muss nicht sein so aus pickel noch mal wieder den die berufsstufe 12 12 erst wir haben viel zu tun leute berufsstufe 42 das ist eigentlich geil aber wir wechseln zum dragoon stufe 1 so würde ich sagen starten wir heute durch leveln ohne ende und ich kenne zwei verstecke wo wir gleich mal hin sollten ich habe sie mir vermutet dass es irgendwie was unter wasser kann ich hier vielleicht das wichtig und auch erst mal mit mir alles unter wasser angezeigt naja indirekt ne es wird zumindest angezeigt wo unter wasser was ist ganz im norden in der mitte im süden bisschen was warte mal hier ist eine höhle das sieht doch aus wie eine höhle ja alles klar let's go versunkene höhle erst im untergeschoss wir stehlen erst mal bisschen jetzt hey stop it sieht aus wie santer valley ja so ein bisschen ein potion geklaut nice brauchen wir auch gleich toll ok 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 eventuell ist das vielleicht doch ein bisschen heftig hier wir haben echt zu wenig gelevelt man merkt diese stürze ich umsonst eines der schwersten final fantasy teile war wohl einer nicht gelernt dass man zu einem hippografen nett und püffelig sein sollte aber die haben mich angegriffen andersrum ich bin unschuldig habe ich gehört so killer krebs soll ich sie streicheln ich frage fünf freund ja sag mal in harry ein anlecken würde für spring verabschiede mich leider schon wollen noch ein bisschen für den umzupacken viel erfolg dabei dann wünsche ich dir auch ein schönes wochenende schön dass du da bist bis zum nächsten mal hau rein muss man angeben die super hummel braucht gerade fett geile hühner frikasse für heute abend dazu offensichtlich europa letzte zum reinigen ich glaube du schlagst ich glaube du schlagst hier haben wir zumindest drei kisten schon mal wir sollten vielleicht auch mehr mit schild wieder arbeiten würde ich sagen weil diese automatische optimierung also die optimierung der objekte geht wahrscheinlich nur in richtung attacke hier hier hat man sich mal eine zweite hand Also geht tatsächlich auch nur bei ihm Ne, dann brauchst du es erstmal nicht Dann erstmal nicht Oh no Das ist uncool Oh 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 Bro, stopp it! Das war jetzt... Oh, fick dich doch! Oh, es wird immer schwerer, weil wir einfach unterlevelt sind. Dudai, dudai. Das ist nicht so schön. Dudai, dudai. Hey! Nein! Hauptschick sind Töpfe in deiner Umgebung. Oh, da bin ich sofort. Falls du die hier... Nee, die will ich nicht. Die will ich nicht. Der kann ja auch nicht leveln, wenn er die ganze Zeit schnarcht. Hat, dass wir hier oder euch das MMA echt und nicht. Das war dann auch ein Tier, nicht. Das war dann auch ein dishes, oder? Ich Woche. Oh, wo haben wir jetzt... das soll von euch ja ausg APP gut sein. Bis zum nächsten Maliamo- fiscal Stalin inteiro! Das funktioniert schon mal. Das macht einfach nur eine Muppe noch. Und dann haben wir auch einen cover. Also devi also mit anderen Lebro qualcosa ... Das macht doch noch nicht so! Das war dann! Oh, lauter. Anstrengend. Anstrengend, Chat. Für einen Tomahawk haben wir das riskiert. Was keiner will, okay. Und ich dachte, hier kann man gut leveln, stattdessen stirbt man. Nicht stillen, okay. Warum ist es besser? Es brauchen richtig. Ja, wir müssen sowieso die ganzen Kisten öffnen. Dachmauk. Okay, wird schon, wird schon, wird schon. Wir machen jetzt aber mal Magie. Gut, nix zur Ebene. Ah, Mensch. Mensch, Mensch, Mensch. Hier gibt es keinen Boss, hier gibt es nur Loot. Okay. Wo bist du denn jetzt? Ich glaube, das ist das Hektier. Ja, das Hektier wirklich. Holla. Oh, verdammt. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass er jetzt mal wieder wach wird. Bei uns gibt es heute Geschnetzeltes. Ich müsste vielleicht mal die Einkaufsliste machen. Aber nur für... Leicht. Elric. Ich finde das gar nicht cool. Windmesser. Diamant-Panzer. Luki-Hafel. Diamant-Armschutz. Ich würde erst mal rechts eigentlich runtergehen. Oh. Oh. Ja. Aber Angriffsvorteil. Ah. Braucht nicht mehr. Oh ja. Oh ja. Okay, wir werden stärker. Okay, das war jetzt gut. Genau so wünsche ich mir das. Ein altes Schwert. Kann Lähmung wirken. Möchte keiner? Wirkt beamen Ah ja, stimmt Ich würde noch gerne die Viechkeit Teleport kaufen Das wäre vielleicht mal gar nicht so verkehrt Warte mal, was ist das? Wirkt hast Alles klar 14 Holla die Waldvieh 14 Das ist gut 14 Attacken Kraftarmschutz Diamanthandschuhe Elixier Eine Falle Zombie-Drache Toll Mr. Lemons mal Wunderschön, ich grüße dich Wie geht's dir? Ich muss nachher auch noch einkaufen Bock auf Solianke Oh, Solianke hat die schon ewig nicht mehr Oh, lecker Das ist immer gut Was? Ich wusste es Immer auf die Klein Oh 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 Wir haben hier eine Waffe, womit wir den heilen können Das ist ja scheiße gibt's da ist ja scheiße ihr bestes habt heute Abend meine zweite Verabredung mit mir heute mal dann wünsche ich euch auf jeden Fall ganz viel Spaß und viel Erfolg nicht auf dich nicht schon wieder auf dich ok hat funktioniert oh come on such dir ein scheiß Hobby ja ne ist klar ich hasse dich so jetzt ist raus was willst du von mir so schick gestroht so habe ich auch ja meines von Canaria ich liebe ihn aber wiederbeleben kann er nicht ne ne das ist noch nicht so weit vom Level her ich bin gratis am Straßenrand im Top Zustand gefunden ey noch besser das ist ja noch besser Heilung Heilung Teilung wollt ihr jetzt tatsächlich mit Teilung hier ankommen ey come on alles klar nochmal von vorne in den Raum ja toll nice ich freue mich alles nochmal von vorn hey cool das ist noch nicht so weit so que ich bin und es ist er es ist er so weit und so weit es ist er es ist er e aber es ist er Ich wollte jetzt noch nicht schon Und soll sie sein, hallo? Alle, komm Ey, komm, ist klar Ey, das ist doch scheiße Das ist echt die Scheiße Ich muss hier wieder raus Wir müssen uns wieder neu eindecken Komplett Aber vorher werden wir sterben Also dieser Final Fantasy Teil Ist wirklich heftig stark Aber ist der schwierig Gut, ich würde auch sagen Wir gehen mal In die Hauptstadt würde ich mal sagen Ist das? Wir decken uns mal ordentlich ein Gucken auch mal, was der andere Ja, hier sind nur diese Händler Egal Ich würde ja auch Verzauberung gucken Bei ihm waren wir, glaube ich, noch nicht Alter, ist das teuer Da kann ich mich doch gar nicht mehr eindecken wir hier? Oh, nö. Ah, keine Dicke, mir ist warm. Ja, weg damit. Weg damit. Einen würde ich verkaufen. Blutschwertbehaltig. Aus Gründen. Okay. Okay, jetzt kommt die Coole rein. Gut, wir haben 180.000. Ich glaube, ihr könnt doch kaufen. Würde ich nämlich den Runenstab holen. Und die Blitzgute am besten. Die brauchen wir da unten. So, dann können wir wieder was verkaufen. Und zwar den hier. Und... Ach, nee. Der andere hatte nur eins in der Hand. Hatte nur eins in der Hand. Er teilt Eischaden. Stufe 4. Aber es ist nicht das, was ich suche. Aber es ist nicht das, was ich suche. Ihr Ring verdiene. Stellt sehr viele EPR, ja. Zahlt Stufe 5. Wir können es schon mal organisieren. Engel haben wir schon drin. Rot ist... Okay. Okay. Ja, gut. Gut, gut, gut. Oder auch nicht. Genau, hier war das Tier. Rüstung. Oh. Nichts. Gabel, 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 Gabel. Hm, sehe ich genauso wie ein Pwb. Ja. Schön ist sie zu Hause, Biest. Ah, hier hinten ist einer. Kann jemand bitte mal Rumpi sagen, er soll nicht zu viel Butterpapier? Benutzen, bin doch auf Diät. Rumpi, hau rauf. Hab ich gehört. Da ist Teleport. Genau das brauche ich. Glitzere, kaufe ich am besten auch nochmal. Na toll. Was denn? War das nicht umgekehrte Psychologie? Ach, guck mal. Der kann das gut nutzen. Und jetzt können wir mal hier auch rein. Stufe 3 voll. Wolle mich auch zu Hause zu sein. Nice. Ach, scheiße, ich habe was vergessen. Jetzt bin ich wieder reingelaufen. Das ist ein gutes Stück Butter dran. Oh. I like it. So. Und Vampy, wie war der Arbeitstag insgesamt? Ging's? Bis aufs Rum geht, Hans im Labor? Ja, wir decken uns jetzt nochmal kurz ein und gehen dann noch mal ins Verlies. Äh, in die dunklen Höhlen. Weil wir einfach zu wenig Sachen dabei haben. So, 99? Das muss doch passen, oder nicht? Oh, hier auch mal voll. Das ist doch was. Pleite. Aber doof hat nichts funktioniert. Wieso? Ach, scheiße, wir sind pleite. Wir können nicht nächtigen. Oder? 52 haben wir nur. 420. Eieiei. 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 Hat den Brunnen auf jeden Fall nicht mehr. Ja, guti. Aber warum man nicht so viel? Da, jetzt aber. Jetzt aber. Ist mir der einzige Vorteil, ich könnte zur Zeit essen, was ich will, ja auch meinen Vorteil. Mmh. Hm? Aber das wird sich ja bald ändern. bei uns beiden so ich würde rechts unten mal kurz gucken in die Siedlung, ob wir dann noch was organisieren können, wahrscheinlich nicht und dann geht's wieder zurück ne, stimmt's, hier waren nur die Schätze, genau beim Bedampfen hat das Programm nicht sich gemolcht und es stand noch Wasser in den Leitungen, dass ich die Abstriche nach dem Bedampfen nicht gleich machen konnte, musste ewig warten auch nö, auch nö gib dir gerne chill, musst du nur abarbeiten ey, du bist noch nicht fertig mit abarbeiten ich warte noch auf den Sportbeitrag so also, nochmal durchhusteln hier ok das hat ja fast nichts gebracht shit so, so, ja so, so bin selbst überrascht es ist so schlecht es ist so schlecht aber gelb ist mal nicht gestorben das ist doch schon mal was so, ja so, ja Okay. Wird nicht besser. Ach, sag mal. Du bist aber gut. Ich sagte, du bist mal gut hier. Ja, Chat, da müssen wir jetzt ein bisschen durch hier. Hilft nicht. So. Unten haben wir schon geöffnet. Dann können wir uns links noch mal überraschen lassen, obwohl wir das schon alles kennen. Und hinterhalten. Na toll. Das wird uns sogar Blitzrohrer. Oi, 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 oi. Schade, das Spiel ärgert mich. Ganz doll. So, hier gab es nochmal ein Elixier. Gehen wir nochmal die Ausrüstung durch. Ich bin jetzt schon genervt, dass es Final-Fantasy-Teile gibt, wo bei jedem Angriff Catchphrases kommen. Und ich bin genervt, dass das hier ein bisschen schwierig ist. So. So, die Drache. Nochmal. Den haben wir wenigstens noch Besieg gehabt. Trotzdem hat er genervt. Oh, wir haben ja hier auch Blitzer. Ach, scheiße, stimmt. Aber gut, der war ja voll geheilt. Ja, mit ihm können wir nicht angreifen. Stop it. Nee, noch nicht. Noch nicht. Nee, doch, doch, doch. Wir werden hier immer wieder umfallen. Wenigstens macht er keine AOE. Ist das gut? Okay, das lief schon mal deutlich besser. Deutlich besser. Deutlich besser. So, ich speichere nochmal. Noch eine Falle. Lindwurm. Kommt nochmal, Eiska. 2.777 Damage. Hans-Günter kommt noch nicht mal wieder runter. Okay, das war nice. Blutlanze? Da seh' ich mich. Da seh' ich mich. Da seh' ich mich. N hoe? Genau. nochmal auss-, äh, abspeichern? Ausspeichern, ja, ja. Ausspeichern. So, nächste Falle. Ach ja, der teilt sich ja. Stimmt, stimmt. Wow. Die Geschichte. Nach jedem Sprung heilt sich Hans Günther. Das ist jetzt auch nice. Das ist richtig nice. Ach, den in der Mitte kann ich nicht angreifen. Ah doch. Stimmt, der kam ja hinterher raus. Ja, ja. Okay. Alles klar. Okay. Nice. Nice. Ich muss jetzt leider es so machen. Was wir etwas länger brauchen, damit gelb auch die EP bekommt. Oh, es hat geklappt. Nice. Angriff. Ja, Pokemon. Come on. Come on. Come on. Hüpfen hier und da und überall. Das ist ein Haruto-Siebhaus. Äh, Sailor Moon. Ein wunderschön Kette. Es geht. Es geht. Alles fresh. Ich habe den Triton-Hammer bekommen. Ja, ja, ja. Ich habe einen Hammer. Mhm. Aber ich bin so hammer, dass ich jetzt nochmal abspeichere. Für die nächste Falle. Wupp, wupp. Oh, das glaube ich. Okay. Just do it. Wurzest du schon immer, dass du der Hammer bist. Ja, ey, nicht gelb töten. Ich brauche doch gelb noch. Äh, was habe ich denn da jetzt gemacht? Nice. Sehr gut. Woo. Aufstieg! Reflektpanzer. Mächtige Rüstung mit reflektierten Kräften. Möchtest keiner haben? Okay, okay. Bin ich. Bin ich. Aber warum nicht? Hat halt bessere Magieabwehr. Nimm den jetzt mal. So, jetzt könnten wir natürlich einfach den Teleport benutzen.